einmal feuer und einmal wasser und einen eimer oh cool holz einmal vor der kolom direkt schubser lav ständig mit sein kommt ab jetzt kommt und der herr ist der frohruckssturm pflanze boing 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 frohruhr wenn du nicht bald deinen mund oder deine schnauze holzt dann ist was los hier cool bloß mit dem buchstatter kaputt ich müsste halt immer abschauen dass ich die die blauen münzen einsammeln weil da kriege ich eigentlich dann schon immer tausend münzen glaube ich noch drauf also war das schon wichtig hier hier so mit dem eimer wow ist jetzt ins wasser eingefallen na was zum toll fehl geil cooler übergang das ich mache darum als extra Zeit weil du mir die ganze Zeit nerven das wirst wir sind der überhaupt bestimmter volle bestimmt du willst was macht ihr da eigentlich was macht ihr da mit dem wasser feuer du du okay wer hat er denn das jetzt gemacht wow im wasser feuer so jetzt wieder wieder zurück ähm ähm der macht jetzt k wow Teamwork ist auch gefragt ich habe mein wasser einmal nur ich könnte da einfach durch warten durchs wasser jetzt probiere ich jetzt beim nächsten einmal ähm 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 sehr schön was ist klar nice one ach so als kapiert ist Jetzt müssen wir ein paar da drüber rennen. Oh, ich sollte vielleicht einmal mein Handy auf stumm schalten. So, sorry. Zack. Nein. Nein. Wo, nicht Orochen zum. Nicht Orochen. So, hier. Was ist denn das? So. Jetzt stirbe ich ganz. Pfff. Jetzt kriege ich jetzt der Stolle nicht hin. Hä? Hä? Ich mach doch da drüber nicht. Wahrscheinlich nicht. So, ähm. So, einmal zurück. Wieso sollte ich da drüber laufen können? Oder wollen wir euch da ganz woanders stehen? Wieso denn das? Was? Komisch. Sehr komisch. Es war doch voll die Abkitzung gewesen. Und wo ist das Feuer? Da ist das Feuer. Und wo ist das Feuer? Check hier auch nicht, wieso da Feuer ist. So, was brauchen wir da? Ah, ein Frodo. Mit seiner Fiule. Äh. Wärzer. Wir haben jetzt schon mal im Bronner und wahrscheinlich fertig machen. Fick und fertig. Äh. Wärzer. Wir haben jetzt schon mal im Bronner und wahrscheinlich fertig machen. Fick und fertig. K. Schaut schlecht aus. Oh, ja. Ich weiß jetzt nicht, was Bisse ist. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach durch. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach durch. So, aber es ist Gollom. Schwarz. Verstecken. Verstecken. Oh mein Gott. K. 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 Uh. Die Nano verstecken? Irgendwo? Das wo? Da speicher ein Tor. Ja, speicher. Ja, wo denn? Wie da? Kann ich mich da verstecken? Was sollte ich mir da verstecken? Elbenmantel. Okay. Ja. Was sollte ich mir da verstecken? Alter. Halt die Fresse. Wann? Du hast du die Fresse zu klein. Du hasst thrive. Das w apaFit? Vielen Dank.